Ja, und dann sind wir wieder bei Minecraft. Wir sind hier wieder in unserem geilen Schnöckelchenhaus. Ja, was machen wir denn als erstes? Wir haben immer noch ein Monster an. Also, aber ich will eigentlich gar nicht so direkt auf Monster spielen, weil es ist besser, wenn wir erstmal unten, also jetzt, ich meine, ohne Monster erstmal alles aufbauen und so wie wir es haben wollen. Und dann können wir uns eine Monsterfalle bauen oder so. Jedenfalls, ich weiß, was ich jetzt so mache. Jetzt nehme ich hier hin, dann müssen wir da hin. Okay. Ähm, mhm, mhm. Die reicht erstmal. Ich will nichts Großes nämlich wegnehmen. Ich will einfach bloß... Äh, siehst du, dann können wir mal bei Peace World, äh, Option. Okay, äh, friedlich. Genau. Dass uns niemand nervt dabei. Weil so richtig draufgehen will ich jetzt auch nicht. Komm, dann pflanzen wir gleich hier wieder an. So. Da, 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 da. Da, da, da. 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 Da, 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 da. Da, da. Dann. Die. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. 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 Ach so, ging ja nicht. Der war ja eben verrutscht. Genau. Das habe ich in der letzten Folge gar nicht bemerkt gehabt. Jedenfalls werden wir es beheben demnächst. Siehste, habe ich von hier unten von den Spawner alles schon mit hochgenommen gehabt. Nein, genau. Schallplatte. Aha. Kakaobohnen. Siehste, da haben wir sie. Obwohl, die kann ich auch erst mal hier unten lagern. Ich weiß nicht zu 100% was ich machen will, werde jetzt. Eigentlich ist mir jetzt so ja so einiges fällt mir ein, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wenn zum Beispiel hier schon wieder fertig dann nehme ich gehen wir hier mal rum. Hier war nix, hier war nix. Da war eins. Das ist gut. Ah, genau. Ich weiß, was ich jetzt erst mal mache. Ich werde erst mal wir haben genug Beine. So. Wir holen erst mal noch Tropenholz. Ach, mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Gut, dann pflanzen wir hier mal wieder an. Jedenfalls ich will nicht abrecken. Deswegen ja. Aber ich würde sagen, wir gehen erst mal einmal um das ganze Dings rum da. Dann können wir auch hier lang gehen. Ich will nämlich einmal rumgehen weil da hinten war Schneelandschaft und es ist genial eigentlich. Hier vorne will ich jetzt nicht den Ausblick zerstören. Jedenfalls ich sehe es schon das ist ein sehr großer Dschungel. Okay, gut. Wenn wir mal hier das mitnehmen. So. Einigermaßen okay. Dann haben wir wieder was Neues. Was man gebrochen könnte. Muss man aber nicht. Das werde ich jetzt mal sagen. Wir holzen jetzt mal den hier ab. Ja, eigentlich brauchen wir richtig viel. Aber ich habe jetzt doch so einen ganz großen abzuholzen habe ich jetzt nicht wie lust. Jetzt mal nehme ich den hier ab. soo. Geht doch 1a hier. Denn hier so den gehen. Ne. Irgendwann mal so. Genau so. Denn hier wieder. Denn da wieder. Denn da wieder. Ja, doch so genau. So war doch richtig. Wollte ich schon sagen. Habe ich mich jetzt irgendwie um einen vertan. Aber nee. Okay. Okay. Denn holz mal mal hier ein bisschen ab, wa? Oh. Oh Mist. Ich fall immer so weit runter. Nein, egal. Okay, gut. Jetzt kann ich hier ein bisschen schneller. Da, 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 da. Dann sind wir nämlich gleich auch wieder fertig. Okay. Geht doch einwandfrei hier. Da ist schon wieder Schnee. Okay. Dann muss ich hier wieder lang. Aber so weit von zu Hause will ich auch nicht weg. Deswegen ach, ich bleib immer zu Hause. Die erste Zeit irgendwie. Äh, ah, die Kuh da. Die werde ich schlachten. Ich werde mal auf Diamantenjagd irgendwann gehen. Nein, Diamantenjagd. Ja. Weil dann kann ich nämlich einen schönen Zaubertisch mir machen und dann verzaubern alles. Naja, geht doch. Und bald Stufe 8 ist doch genial. Naja, okay. reingesprungen. Genial. Alles, finde ich. Boah. Boah. Denn hier Eins, zwei, ja, da habe ich einen weggenommen, der noch gar nicht fertig war, na egal, ja, mehr war nicht, okay, das heißt also, wir können unten weitermachen, das hört sich doch schon mal wunderbar an, wunderbar. Nein, wenn, dann gleich alles richtig machen und nicht hier halbe Sachen, okay, gut, nein, fuck, na egal, Eins, zwei, eins, zwei, drei, eins, zwei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, misst. 1, 2, 3, jetzt so. Mist, 1, 2, drüber verzogen. Jaja, egal. Ne. Ah, siehste, dann hab ich die Beine. Irgendwie verzählt eben's. 1, 2, dann muss da eigentlich hin. So, dann nehm ich 1, 2, dann da. So, und die müssen alle noch einmal weg. So genau. Da hab ich mich einmal verzählt. Einmal. So. Man, nein. Fuck. Da wurde der mal wieder falsch hier. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Dann so nämlich. Dann so, dann so, dann so. Dann so, dann so. so So, dann da, 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 dann da so sieht doch sieht doch wunderbar bald aus so 19 noch da schon wieder 1 fertig 2 sieht doch wunderbar aus oh genial genial dass so schnell alle wachsen eigentlich könnte man hier die ganze folge verbringen wo dann da noch wo noch da schon wieder wie viele noch da noch die ganze feige da 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 so, dann so da nochmal abbauen, dann so. Komm, einer muss noch ganz schnell wachsen. Einer, nicht gleich 3 oder 4 hier hinten. Okay, gut. Da, da, da. Da ist alles fertig. Okay, so. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Komm, dann da noch einmal und dann 1, 2. Alle fertig, gut. Gut, das ist doch mal brillant. Brillant. So. Das war eine Arbeit. Nein, war es nicht. Zombie, denn da ist nichts. Okay. Hier haben wir Holz dran. Okay. Dann kommt hier so Tropenholz erstmal hin. Setzdinge kommt. Da kommt gar nichts rein. Lederarbeit. Kann ich mir eine Lederrüstung machen. Tropenholz. Boah, geil. Kann ich mir vor dem Haus einen ganz großen bauen. Gut. Die würde ich, die könnte ich eigentlich anpflanzen. Ja. Okay. Die nehme ich mit. Die nehme ich mit. Knochen da hin. Pfeile da hin. Und dann erstmal hochgehen und anfflanzen. Also. Boah, fuck. Ich wollte schon sagen. So, dann lasse ich die erstmal wachsen. So, dann Sam, 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 Sam. Eigentlich könnte ich mal wieder Brot machen. Erstmal ganz viel Farmen gehen. Also Farmen gehen. Dann nehme ich hier so davon die Hälfte, davon die Hälfte. Aber jetzt muss ich hier gleich. Jetzt. Ich mache erstmal so. Ja, alles. Nicht viel Zeit. Ja. Neun. Dann machen wir so. Dann machen wir so. Oh, Mist. Zwölf Brot erreicht aus. Ja, 25, 24, Bruder. Yeah. Mhm, mhm, mhm. Hochgehen, hochgehen, hochgehen. Mach mal. Warte mal. Erstmal zurück. So, genau. Okay. Das ist doch genial alles. Mhm, mhm, mhm. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen will. Nein. Erstmal braten wir das Fleisch. Ja, da. Okay. Dann können wir Eisen, Eisen. Brauchen wir eigentlich. Nee, genau. Angeln kann ich erstmal gehen. Angeln. Gehe ich erstmal angeln. Fisch. Angeln. 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 Ja. Angeln. Das ist so eine Sache. Das dauert immer Zeit. Ja. Oh komm, jetzt ist es jetzt Die Pose soll runtergehen, los Na komm, los Mal sehen, wie weit das gehen kann Oh Ach komm Mann, eben war doch immer die Pose runtergegangen Alter, wieso geht das nicht mehr Jetzt, komm, nein Komm, mach Komm Komm, jetzt geh, komm Ich will unbedingt ein Fisch haben Ach komm Heute beißt halt nix Das war noch nicht fertig, das war irgendwie sinnlos, aber egal Okay, 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 dann geh ich mal wieder rein Ja, war doch irgendwo genau da So Ja, das war's denn von mir Ciao Ja, ciao Bis zum nächsten Mal.